Musik An alle Heiligen denken die Christen überall auf der Welt, an die Heiligen und an alle Menschen, die nach ihrem Tod bei Gott sind. Wie bei jedem Feiertag gibt es in allen Ländern ganz unterschiedliche Arten, wie man ein solches Fest feiern kann. In Irland zum Beispiel gab es früher am Abend zum 1. November gleich einen doppelten Grund zum Feiern. Einmal kamen die Familien zusammen, um an ihre Verstorbenen zu denken. Aber an demselben Tag wurde auch das Vieh von den Sommerweiden geholt, um es den Winter über im Stall zu behalten, weil die Tiere es dort Wärme hatten. So kamen die Bauern zusammen und feierten nicht selten bis in die Nacht. Natürlich dürfen bei solchen Festen die Kinder länger aufbleiben und bei den Erwachsenen sein, die ihnen sicherlich das Fest aller Heiligen erklärt und von den Verstorbenen erzählt haben, die nun bei Gott sind. Einige Geschichte aber wollten die Kinder immer wieder an diesem Abend hören, denn, so erzählten es sich die Iren früher, nicht alle Menschen kommen nach dem Tod zu Gott und ganz besonders sind dabei die Geschichten über den alten Jack. Er lebte einst irgendwo in einem irischen Dorf und war kein guter Mensch. Er war geizig und unfreundlich, trank viel und keiner mochte ihn richtig leiden. Kein Wunder, dass, als seine Stunde gekommen war, der Teufel erschien, um Jack zu holen. Aber Jack war nicht nur unfreundlich, sondern auch sehr schlau. Und es gelang ihm, den Teufel zu überlisten. Er bat ihn nämlich, bevor er auf ewig in die Hölle kommen sollte, möge der Teufel ihm doch einen Apfel schenken. Der Teufel wollte ihm den Wunsch gerne erfüllen und kletterte auf einen Apfelbaum. Doch als er gerade hinaufgeklettert war, ritzte Jack das Kreuzzeichen in dem Baumstamm. Nun traute sich der Teufel nicht mehr vom Baum hinunter, denn er durfte nicht mit diesen christlichen Symbolen Berührung kommen. Jack versprach, das Kreuzzeichen zu entfernen, wenn der Teufel ihm verspräche, ihn niemals mehr zu holen. Dem Teufel blieb nichts anderes übrig, als sich auf die Vereinbarung einzulassen. Viele Jahre später starb Jack. Im Himmel, so erzählte man sich, war kein Platz für den alten Geizkragen. So schickte man ihn in die Hölle. Doch der Teufel wollte ihn auch nicht haben, schließlich hatte er dies ja auch versprochen. Damit Jack den finsteren Weg aus der Hölle herausfinden würde, gab der Teufel ihm ein glühendes Stück Kohle. Jack legte es in eine alte, hohle Rübe, die ihm so als Laterne diente. Und immer wenn die Menschen das Allerheiligenfest feiern und an ihre Verstorbenen denken, streift der heimatlose Geist Jacks mit der Rübenlaterne nachts über die Erde. Die Kinder, die mit den Erwachsenen in der kalten Novembernacht am warmen Feuer saßen, haben diese und andere Geschichten vom bösen Jack immer wieder gerne gehört. Weil Irland zwar ein sehr schönes, aber auch sehr armes Land war, verließen früher viele irische Familien ihre Insel und suchten in Amerika ihr Glück. Und sie brachten ihre alten irischen Geschichten mit in die neue Welt. In Amerika begegnete ihnen eine ganz besondere Frucht, die man bis dahin in Europa nicht kannte, der Kürbis. Wenn nun die Geschichte von Jack und dem Teufel erzählt wurde, dann wurde bei den Iren in Amerika aus der Rübenlaterne eine Kürbislaterne, die viel größer und heller ist, vor allem wenn man noch das böse Gesicht des alten Jack in den hohlen Kürbis schnitzt. Der Kürbis wurde so zum wichtigsten Symbol des Allerheiligenabends, der auf Englisch Halloween heißt. Und den Kürbis mit dem bösen Gesicht nennen die Amerikaner Jack O'Lanton, was so viel heißt wie Jack mit seiner Laterne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017